Genießt die Show. Morgen labere ich euch voll. Guten Abend, meine liebe ACDC-Familie. Ich möchte sagen vielen Dank der Fankur Dönemit und Frank Pettersen, dass sie unsere Band von der Ukraine erleden. Das erste Mal hat nicht noch geschieht in Deutschland. Die Gruppe hat gestern 24 Stunden gefahren. Danke euch alle. Ich bin schon drittes Mal hier und das ist super.